Hallo, ich freue mich auf jeden Fall auf den Kampf, verbringe nicht so viel Zeit bei OnlyFans, sondern konzentrier dich auf den Kampf, vorbereite dich gut, ich weiß, du hast schon sehr viele Kämpfe, du bist am Ende deiner Karriere, ich freue mich sehr auf den Kampf, ich freue mich auf eine Schlacht in Frankfurt, du hast auch schon in Frankfurt gekämpft, Frankfurt ist sehr nah bei meinem Zuhause, lass uns den Zuschauern auf jeden Fall einen guten Kampf liefern.